so wir fangen mal an ich bin hier im dunkeln und hab die riesen sieht ihr das dieses leicht schimmerne das ist ein riesen spinnnetz mitten in der nacht riesengroß ja da guckt doch nicht hin das ist mindestens ich kann es leider nicht zeigen euch das ist so groß hängt am stuhl hängt am tisch leider sieht man die fäden nicht so hier komplett runter und dann über den grill ein meter drüber das ist ein riesen netz das größte netz der welt